Okay, könnt ihr ein bisschen näher zusammen? Ein bisschen näher zusammen, ihr beiden? Leiden wir die Gürtel? Nehmen wir gleich. Könnt ihr euch nochmal anschauen? Die Gürtel? Ja, wir machen gleich die Gürtel. Könnt ihr euch nochmal anschauen? Face to face? Face to face? Wo ist Fabian? Können wir eine Frau bekommen? Wohin? Kommt ihr ein bisschen näher noch? Auf die Hälfte. Ja, die haben wir auch. Und dann? Könnt ihr mal hier außen anfangen? Nicht immer noch in die Mitte. Könnt ihr mal hier außen anfangen? Nicht immer noch in die Mitte. Könnt ihr auf die Mitte? Auf die Mitte. Von links nach rechts. Von unserer Seite. Wunderbar. Nein. Von drei. Was ist die Schaffung? Einmal. Und hier außen bitte auch noch mal, ja, ich bin. Danke. Okay, immer? Könnte Vladimir noch einmal kurz schieben, dann für einen Einzel, wo wir ihn gerade mit hinten. Ja, klar, ja, klar. Kann ihr noch mal wiedersehen? Hahaha. 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 Hance, Hance. Hance. Heimlich. Okay, thank you. Vielen Dank.